Nur die, die vorne am Weg schlafen wollen, Katschenko, alle anderen schon. Also, wir brauchen jetzt einen richtig miese Techno-Kick hier. Das klingt schon ganz gut. Du kannst das nochmal so 700 Dezibel pushen, dass die Leute da nicht anders können. 700. Geil, okay. Und es gibt eine Intro, ne? Naja. Oh, ich weiß nicht, er muss warten. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, das ist ein Boot. Das ist ein Boot. Das ist ein Boot. Das ist ein Boot. Ja, das ist ein Boot. Ja, das ist ein Boot. Das ist ein Boot. Du bist da? Dieренze sind die Knoterna. Ja, das ist ein Boot. Ich weiß nicht, wir sitzen da. Du bist da? Okay, ihr befindet euch in einem Aufbau. Das kann lange sein, weil je länger der Aufbau, desto geiler der Drop. Ihr müsst auch erstmal reinkommen, nach dem ganzen Beschraubigen. Viel Spaß, denn für die nächsten drei Stunden. Ich mache jetzt die Steigerung. Ja, danke. Ich war schon fast fertig, als die Nacht. Der Hände auf, der Hände auf. BÄI! Sof, der ist auch keiner, oder? Der ist auch keiner. Es gibt einen Unterschied zwischen Back- und Tabakwaren. Die einen machen Platte und die anderen schmecken süßlich. Es gibt einen Unterschied zwischen Back- und Tabakpfeifen. Die einen machen Platte und die anderen schmecken süßlich. Es gibt einen Unterschied zwischen Fitness- und Tanzstudio. Die einen Handel, Handel und die anderen sind von Tanzen da. Es gibt einen Unterschied zwischen Faschisten im Alter des Antifaschismus und Antifaschistinnen. Wieso, einmal links hin auf, was? Die einen haben einen Mantel und die anderen sind die Antifa, Antifa. Wasserwerfer sind halt nicht für alle da. Und da stehst du mir gegenüber, singst von Frieden und Widerstand. Deine Augen funken wie heile Steine, im Internet hast du erkannt. Schuld sind die da oben und sogar die von der Polizei haben auch erkannt. Wir müssen aufwachen jetzt. Wir wollen das Gleiche. Bist du dabei? Nein! Denn es gibt einen Unterschied zwischen Biolaren und Heimatschutz, einen Unterschied zwischen Maske tragen und Freiheitsverlust, zwischen Diktatur und Sucht nach Wachstum, schicker Uhr und Zeit zum Nichtstun. Ich fänds cool, wenn Ande mitziehen, Konsens ist wie mit Faschisten und dann reinigst du meine Aura, so viel negative Energie, du hast recht, ich bin gegen alle, die sich wichtiger annehmen als die, die hinter Grenzen leiden und du fragst, ob ich Staat und Polizei jetzt als Antifa unterstütze. Nein! Nein, 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 nein Freieinheit 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 Ich muss dann lass uns gucken Hageschweinheit